Heute machen wir eine Biketour. Das ist quasi unsere letzte Aktivität von Rio. In Rio. Nicht von Rio. In Rio. Was immer muss ich die vorerkehren. Schriftlich oder mündlich. Mein Gott. Wir machen jetzt eine dreiständige Biketour. Wir sind jetzt hier an dieser kleinen Beach, die unterhalb des Zuckerhuts liegt. Diese Biketour ist nicht groß, aber hat natürlich eine einmalige Lage. Dieser Strand ist hier mit dem Namen Freya Vermeelhaar. Wahrscheinlich auch portugiesisch anders ausgesprochen. Hier ist die kleine Brutafogo Beach. Brutafogo oder Brutafoga. Da ist wieder unser Zuckerhut. Das ist die Christus-Statue, die man im Hintergrund sieht. So, wir sind jetzt hier bei der Lagune. Das ist innerhalb von wenigstens mehr. Aber hier kann man am 1. Juli vor 4 Jahren einmal unterwandeln. Da haben wir jetzt ein paar. ... ... ... ... ... Vielen Dank.